Die sicher angebotene Dreizimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Mai 2015 bezugsfrei. Die sanierte Etagenwohnung befindet sich in Düsseldorf. Das im Jahr 1957 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer sowie ein Badezimmer. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 74 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 750 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.